Einleitung und 360-Grad-Ansicht Coolpix P300, P310 und P3H30 Die Nikon Coolpix P340 besitzt bereits einige Vorgängermodelle. Seit der Coolpix P330 kombiniert Nikon dabei ein Fünffach-Zoom mit Kleinbild-Äquivalenten 24-120mm Brennweite und einer Lichtstärke von f1,8 bis f5,6 mit einem 1 zu 1,7 Zoll großem CMOS-Bildsensor. Dieser löst 12 Megapixel auf und erlaubt Sensorempfindlichkeiten von ISO 80 bis ISO 6400. Per High-1-Stufe kann der ISO-Bereich zudem auf 12800 erweitert werden. Neben JPEG-Bildern kann die Nikon Coolpix P340 auch RAW-Aufnahmen speichern. Im Serienbildmodus lassen sich mit der Kompaktkamera 10,1 Bilder pro Sekunde aufnehmen, diese Geschwindigkeit ist allerdings auf 10 Aufnahmen in Folge begrenzt. Belichten lässt sich von 60 Sekunden bis zu einer 2000 Sekunde, mit einem ND-Filter kann die Belichtungszeit verlängert werden. Über ein 3,0 zur großes Display auf der Rückseite lassen sich die Aufnahmen kontrollieren, 921.000 Subpixel stellt das nicht dreh- oder schwenkbare LCD dar. Neben einem Einstellrad besitzt die Nikon Coolpix P340 auch einen Objektivring und eine Fn-Taste. Videos werden in Full-HD-Auflösung mit bis zu 30 Voll- oder 60 Halbbildern pro Sekunde mit H264-Codierung gespeichert. Ein integriertes Stereo-Mikrofon ist für die Tonaufnahme zuständig. Wie alle Premium-Kompaktkameras bietet die Coolpix P340 neben einer Vollautomatik eine Programmautomatik, zwei Halbautomatiken und einen manuellen Belichtungsmodus. Zudem ist ein frei konfigurierbarer User-Modus vorhanden. Kabellos kann die Digitalkamera Daten per WLAN übertragen. Mit Akku und Speicherkarte wiegt die Nikon Coolpix P340 191 Gramm. Bilder und Videos werden auf SD, SDHC oder SDXC Speicherkarten abgelegt. Neben diesem Einfüllungsvideo stellen wir Ihnen die Kamera in weiteren Videos detailliert vor. Darin erfahren Sie zum Beispiel Näheres zur Ausstattung, dem Bildstabilisator und der Bildqualität. Untertitelung aufgrund von